1, 2, 3 Warte, hey, stopp mal Ich bleib hier Jetzt kannst du auch mal singen Höhöhöhö Du bist lustiger Wo kommt sie denn jetzt? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Wer hat meine Bomben geklaut? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Ich konnte gestern ab kein Geld klauen, kein Geld klauen. Er ist ein weißes Auto, ein scheiß Auto. Ja, aber der hat auch ein schwarzes Auto. Ich weiß nicht, was für ein Auto der hat. Schweißes? Oder lilanes? Lilanes oder ein schwarzes? Lila? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Ja, meine Bomben. Okay, mein Vater ist vorbei. Was macht ihr denn hier? Ähm... Ähm... Schaut mal. Ich dachte, wir haben so kleine Hunde auf uns zugerannt. Warum? Was denn? Die kleine bellen Hunde. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Seline? Nö. Wo ist mein Gras? Wo sind sie denn? Dankeschön. Du bist da nur aufeinander gelegen. Echt? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Wer hat meine Bomben geklaut? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Ich hab Gras gezogen, nicht Gras. Ja. Auch nochmal. Ja. Du musst nur so machen. Guck mal. Ich hätte jetzt noch mein ganzes Wut habe ich jetzt in... ähm... ...deine Mutter ver... ...schief. Lass sie einfach mal überreden am See oder nach Hauptmein runter zu fahren. Meine Mutter? Nee. Max und Heckel. Der ist natürlich jetzt klasse, der Typ. Deiner? Ja. Wo bleiben die denn? Ach so, das Video läuft genau. Guck mal, der Typ wird schon wieder einlaufen. Findet das was heiß. Findet ihr das heiß? Findet ihr das heiß? Findet ihr das heiß? Ja. Findet ihr heiß. Ja. Kranken. Kranken. Krasakцы. Italian. Machst du so... was? Warte. Luigi. Wo ist mein Gras? Wo ist mein Gras? Du weißt. Ich hab eine Familie. Ich muss weitermachen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich auf dem Stuhl gesessen habe? Und mach. Du weißt ganz genau, dass ich Familie habe. Johnny? Johnny? Die Familie, die... Die Stütte. Oh manche werden die Stütte raus. Jetzt geht die ganze Zeit wieder auf. Die Video ist beendet. Auf Wiedersehen.